Grüß euch Leute, hier zu den Fotografie-News am Sonntag. Ich habe heute wieder ein paar spannende Themen für euch vorbereitet. Wir schauen als erstes rein bei Nikon. Nikon hat diese Woche für die Nikon Z8 ein riesen Update herausgebracht. Dann bleiben wir bei Nikon. Nikon schickt mit der NASA Nikon Kameras ins All. Dann schauen wir zu einem Fotowettbewerb, wo KI-Bilder erlaubt sind. Dann geht es zum eigenen Fotowettbewerb für den guten Zweck. Und zu guter Letzt schauen wir in die Facebook-Gruppe 7 Tage Foto-Challenge auf Facebook und schauen uns an, wie es mit der Jahreswertung zwischenständlich ausschaut. Die Nikon Z8 ist jetzt noch nicht einmal ein Jahr draußen und sie hat diese Woche ein riesen Update erhalten. Und zwar springen wir da schon von der Version 1.01 gleich auf die Version 2.0. Die Nikon Z8 hat sehr viele Funktionen erhalten, die die Nikon Z9 bereits hat. Und jetzt schauen wir mal genauer rein, was dieses Update beinhaltet. Ein großer Teil des Updates ist, dass es jetzt eine Pixel-Shift-Funktion gibt bei der Nikon Z8. Und zwar kann man damit 180 Megapixel-Aufnahmen erstellen. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass man zum Beispiel die Kamera auf ein Stativ raufstellt. Bei Landschaftsfotografie, man hat zum Beispiel Landschaftsfotografie und geht dann auf Pixel-Shift. Und die Kamera verschiebt dann ganz leicht ihren Sensor und arbeitet so 180 Megapixel-Aufnahmen heraus. Das Problem ist jetzt nur, dass die Aufnahme nicht direkt aus der Kamera 180 Megapixel hat, sondern dass das Ganze dann später in Bildbearbeitungsprogramme zusammengerechnet werden muss. Also das ist so wie ein Stacking bei der Astrofotografie. Ich stelle meine Kamera hin und die Kamera verschiebt ihren Sensor intern und erstelle somit 180 Megapixel mehrere Aufnahmen. Und draußen dann, out of cam, wird dann in der Bildnachbearbeitung das Bild zusammen verrechnet auf 180 Megapixel. Weiters, was dazu gekommen ist, ist die Autofokus-Erkennung. Autofokus-Erkennung hat es bis jetzt nur mit Dieren, Augen, Menschen gegeben, also Personen. Und jetzt neu dazu gekommen ist der Vogel-Autofokus. Das könnte für viele Wildtierfotografen oder Tierfotografen nützlich sein. Was ich so aus den Reviews gesehen habe von der Nikon Z8 ist, dass der Tier-Autofokus schon ziemlich gut war auf Bezug Vögel. Und jetzt dann hat Nikon gesagt, sie machen einen speziellen Vogel-Autofokus in die Nikon Z8 hinein. Weiters haben sie KI-unterstützte Funktionen reingebracht für die Auslösung der Fotos. Und zwar kann man jetzt an die Kamera hinstellen und kann sagen, ich möchte ein Video oder ein Foto machen, wenn zum Beispiel eine Person durchgeht. Dann stelle ich meine Priorität bei der Auslösung auf Person, kann meine Kamera hinstellen und immer wenn eine Person zum Beispiel durchläuft, kann ich der Kamera sagen, sie soll auslösen, wenn die Person durch das Bild durchgeht. Oder ich kann zum Beispiel sagen, ich schaue auf gewisse Abstände. Abstände, immer wenn in einer Schärfeebene da hinten auf 100 Meter sich was bewegt, dann soll bitte ein Foto gemacht werden. Und man kann da generell einstellen zum Beispiel, wenn sich was überhaupt im Bild bewegt, dass dann ein Foto gemacht wird. Also man könnte jetzt nur sagen, man kann zum Beispiel die Nikon Z8 jetzt als Wildtier-Kamera verwenden, man kann sie draußen irgendwo hinstellen im Wald und immer wenn eine Bewegung drinnen ist im Bild, löst die Kamera aus. Wie gesagt, das kann man machen mit Personen, wahrscheinlich wird man es auch mit Dieren machen können oder mit Vögel und die Kamera priorisiert immer, okay jetzt ist eine Bewegung, jetzt stelle ich scharf, fokussiere, löse aus. Weiters, was man aus dem Change Log herauslesen kann, ist, dass die Kamera nicht nur viele neue Funktionen durch dieses Update erhaltet, sondern dass der Autofokus präziser jetzt dann ist und schneller arbeitet. Also es ist mehr Zuverlässigkeit am Autofokus jetzt gegeben und die Geschwindigkeit des Autofokus ist auch etwas schneller geworden. So, wir schauen jetzt weiter in den Weltraum und zwar hat im Jänner Nikon der NASA 13 Stück Nikon Z9 übergeben, die zukünftig die D5 und die D6 Spiegelreflexkamera von Nikon ablösen sollen. 13 Stück an der Zahl wurden jetzt dann auf die ISS geschickt und somit ist jetzt dann das erste Mal bei der NASA von Spiegelreflexkamera auf Systemkamera umgestellt worden. Neben den 13 Nikon Z9 wurden auch drei Objektive mitgeschickt oder drei Typen von Objektiven. Ich weiß nicht, wie viele Objektive da genau mitgeschickt werden, aber bei 13 Stück Kameras werden natürlich mehrere Objektive mitgeschickt worden sein, der Typen. Und zwar handelt es sich da um das Nikon Z100-400, Blende 4, 5 bis 5, 6. Dann das Nikon ZMC 105mm, Blende F2.8 und das Nikon Z14 bis 24mm mit einer Blende auch von F2.8. Wie gesagt, die D5, D6, der Spiegelreflexkamera, die waren bisher jetzt im Einsatz auf der ISS, auf der Raumstation und nun wurde auf Systemkamera umgestellt. Seit der Apollo 15 Mission, also vor 50 Jahren, setzt die NASA auf Nikon Kameras und Nikon Objektive. Ist ziemlich gutes Marketing oder ziemlich guter Ruf dann für Nikon, wenn solche Beiträge veröffentlicht werden, dass die NASA auf ihrer Raumstation mit Nikon Kameras fotografiert. Die Nikon Kameras sind vom Aufbau her gleich wie Serienkameras, nur in der Firmware sind ein paar Änderungen vorgenommen worden und zwar hat die Kamera noch mehr reduziertes Rauschen, also die Rauschreduzierung ist irgendwie umgestellt worden durch die kosmische Strahlung, also die kosmische Strahlung wirkt sich irgendwie auf den Kamerabody auf, aus und da wurde das Rausch oder die Rauschreduzierung in der Firmware umgestellt und was bei der Nikon Z9 auf der ISS anders ist als die da unten auf unserer Erde, ist, dass die Nikon Z9 der ISS bedienerfreundlich sind. Die Kameras sind draußen im Einsatz, sowohl außerhalb der Raumstation als auch in der Raumstation und wenn man jetzt dann draußen ist und man hat den Raumanzug an mit den dicken Handschuhen, ist es klar, dass das Ganze bedienerfreundlich sein muss, dass es auch mit dem ganzen Equipment oder mit dem ganzen Anzug auch zu bedienen sein muss. Ich verlinke euch in den Kommentar unten, in der Videobeschreibung, Entschuldige, verlinke euch einen Link über den Artikel von der ISS oder besser gesagt von der NASA und dort drinnen sind ein Haufen Bilder und da könnt ihr mal sehen, sogar wie die Kameras geschützt werden, wenn die Astronauten außerhalb der Raumstation mit der Kamera fotografieren, die haben da eigene Schutzhüllen um die Kameras um und um und sind auf jeden Fall ein paar coole oder spannende Aufnahmen dabei. Weiter geht es jetzt dann zu Fotowettbewerbe mit KI-Unterstützung. Diese Woche habe ich die Ergebnisse bekommen vom Bannoni Reflections Wettbewerb vom Fotowettbewerb, wo ich jedes Jahr teilnehme in Slowenien unten und bin dieses Jahr mit drei Bildern weitergekommen von den Punkten her in die Bewertung rein, habe leider dieses Jahr keinen Preis erzielen können, aber ich werde unten trotzdem ausgestellt auf einem Monitor, mit drei Bildern und habe mir im Zuge dessen gedacht, ich schaue mal so rein, was es derzeit für Fotowettbewerbe auf der Welt gibt, wo ich teilnehmen könnte. Und da bin ich auf einen Fotowettbewerb gestoßen, da ist es Thema magische Momente, also so Richtung Harry Potter, Hexen und so und da drinnen steht in einer Zeile von den Regelwerken her, dass KI-unterstützte Bilder erlaubt sind, unterwünscht sind. Und jetzt frage ich mich oder ich frage euch, schreibt es in die Kommentare, was haltet ihr von Fotografiewettbewerben, wo KI-unterstützte Bilder reingegeben werden dürfen oder mitmachen dürfen. Ist es dann nur Fotografie oder ist es dann keine Fotografie mehr? Weil ich kenne jetzt zum Beispiel mich hinsetzen und kenne über Mitchirne da jetzt an einem PC zum Beispiel reinschreiben über Prompt, dass ich einen perfekten Sonnenaufgang möchte und das KI-Programm generiert mir dann mit allen Daten von Kameras, könnte ich das alles einsetzen und generiert mir dann ein perfektes Bild und könnte das dann dort bei dem Wettbewerb einsenden. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob das Ganze noch was mit Fotografie zu tun hat oder ob ich wenn ich zum Beispiel ein Objekt einfüge, dass ich sage, ich fotografiere jetzt in echt einen Volt, eine Lichtung zum Beispiel mit einem Felsen und sage zu Photoshop, er soll mal auf dem Felsen an Hirsch aufgestören und kann das beim Fotowettbewerb einsenden. Ist es dann nur fair oder ist es dann überhaupt nur ein Fotografiewettbewerb oder sind wir da schon bei einem anderen Thema dann, wo wir sagen, Wettbewerb für KI-unterstützte Bilder. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ich möchte eure Meinung gerne wissen, was ihr davon haltet, weil ich mir jetzt immer gedacht, Fotografiewettbewerbe, die sollen sich schon auf Fotografie beziehen, meiner Meinung nach. Aber die Zukunft schreitet voran, die Entwicklung, also die Technik schreitet weiter und anscheinend wird es in Zukunft so sein, dass man auch KI-unterstützte Bilder bei Wettbewerben einsenden darf, wo ja natürlich auch Sorg ist, wenn man keine einsenden darf, die KI-Technologie wird irgendwann so weit fortgeschritten sein, dass man sowieso nicht mehr mit einem menschlichen Auge erkennen kann, ob da jetzt wirklich das Bild, ob da jetzt irgendwelche Objekte eingefügt worden sind oder nicht. Da verstehe ich es dann, wenn davon geredet wird, dass man digitale Signatur im Bild, im Hintergrund hinterlegt. Jetzt schauen wir zum Fotowettbewerb für den guten Zweck. Ich habe ja vor einer Woche den Wettbewerb, zweiter Starischatier Fotowettbewerb für den guten Zweck ins Leben gerufen. Der ist letzte Woche gestartet und wir haben jetzt schon sehr viele Einsendungen erhalten und wir bewegen uns jetzt dann schon auf die 500 Euro Marke zu an Spenden. Für alle, die, die es noch nicht mitbekommen haben, der Wettbewerb richtet sich an ein Tierheim, an ein Privat-Tierheim in der Steiermark. Dieses Jahr ist es das Tierheim Adamhof und jeder Teilnehmer kann bis zu drei Fotos einsenden, egal von Wildtieren, Haustieren oder Nutztieren. Es ist egal, ob mit dem Handy fotografiert, mit der Kamera fotografiert, egal ob Hobbyfotograf oder professioneller Fotograf, es geht am Ende des Tages um den guten Zweck. Pro Foto ist eine Mindestspende von 5 Euro zu entrichten, die direkt auf das Spendenkonto des Tierheims gehen. Wie gesagt, wir haben jetzt die Marke 500 bald geknackt, es kommen täglich neue Einsendungen rein, der Wettbewerb läuft noch bis zum 1. April, also bis zum 1. April habt ihr noch Zeit, dass ihr eure schönsten Tierfotos einsendet und ihr würdet mich freuen, wenn ihr den einen oder anderen beim Wettbewerb sehen könnt von euch. Link zum Wettbewerb ist natürlich auch in der Videobeschreibung. So, wir schauen jetzt in die Facebook-Gruppe 7 Tage Foto-Challenge. Wir haben diese Woche das Thema gehabt Foto mit Trick, also alles Fotos, wo ein Trick angewendet worden ist. Zum Beispiel ich stelle ein Glas Wasser auf irgendein Unterlag, lass eine Zitrone reinfallen, der Trick dabei war die Zitrone, das eine Fallen, ja, eh schon wissen. Wir schauen jetzt an eine, was die ersten drei Plätze waren in der Kategorie Foto mit Trick und schauen dann auch gleich weiter in die Jahreswertung, wie es da ausschaut mit den Zwischenständen, wie sich das Ganze verschoben hat und wer derzeit die Jahreswertung anführt. Jahreswertung ist vielen hoffentlich schon bekannt durch die vorigen Videos, Jahreswertung ist, jede Wochen-Challenge wird addiert, wird in die Jahreswertung eingerechnet und am Ende des Jahres kann man schöne Produkte von der Firma Rola gewinnen. So, wir schauen jetzt in die Facebook-Gruppe 7 Tage Foto-Challenge. Wir haben diese Woche das Thema Foto mit Trick gehabt. Den dritten Platz hat der Matthias Trenkwalder erreicht mit 14 Likes. Er hat eine Person fotografiert, schaut aus wie in einer Bücherei. Er hat so einen Tunnel gemacht mit Büchern. Er hat die Person hingesetzt mit einem Buch und die Person schlägt gerade das Buch auf. Er hat es langzeitbelichtet etwas. Man sieht ja, dass die Person etwas unscharf ist, weil die Person auch ganz leicht in Bewegung war und er dürfte wahrscheinlich in die Seiten des Buches eine Taschenlampe oder eine LED-Leuchten gegeben haben und dadurch, dass er das Buch dann öffnet und er auf Langzeitbelichtung gestellt hat, also etwas länger belichtet hat, hat er jetzt an Lichtspuren und man sieht schön die Bewegung vom Aufmachen des Buches. Wie gesagt, er hat 14 Likes erreicht und somit den dritten Platz in der Kategorie Foto mit Trick. Zweiter Platz, zweiter Platz hat Borkum erreicht, Fotos von Anna-Carolina Meier. Sie hat 17 Likes erreicht, hat damit den zweiten Platz gemacht in der Kategorie Foto mit Trick und ihr Trick war es da, dass sie einen kleinen Spiegel genommen hat und dann in die Natur hinausgegangen ist und dort über den Spiegel Fotos gemacht, hat sie da Schnecken auf den Spiegel gesetzt, hat im Hintergrund ein bisschen Laub und hat damit 17 Likes erreicht und damit den zweiten Platz in der Kategorie Foto mit Trick. Nun schauen wir zum ersten Platz. Erster Platz ist wieder der Klaus Maurer geworden. Klaus Maurer hat da ein Foto gemacht von Buntstiften und er beschreibt das Ganze dann, was der Trick dahinter war. Ich arbeite gerne mit Buntstiften oder Wassertropfen. Hier gibt es beides. Die Buntstifte liegen beleuchtet unter einer Glasscheibe auf der habe ich mittels Bibette die Wassertropfen angebracht. Der Trick sind die Spiegelungen der Buntstifte in jeden einzelnen Tropfen Abstand der Buntstifte zur Glasscheibe etwa 30 cm. Also er hat die Buntstifte unten hingelegt, hat 30 cm über den Buntstiften eine Glasplatte befestigt und hat dann oben mit einer Bibette Wassertropfen gemacht und von oben nach unten dann fotografiert. Er hat 33 Likes erreicht in der Kategorie Photometrik und belegt somit den ersten Platz in dieser Wochenchallenge. Er hat mir als neue Thema geschrieben. Als neue Thema für die kommende Woche ist das Thema Bewegung. Also alles was in Bewegung ist, ein Kind was läuft, eine Person was läuft, eine Person was mit Fahrrad fährt, ein Auto was vorbeifährt, ein Vogel der was fliegt, also alles was mit Bewegung verbunden werden kann, ist die kommende nächste Woche dann das Challenge Thema. Wir schauen jetzt weiter in die Jahreswertung, wie sich das Ganze dazu verschoben hat und schauen jetzt nochmal von Platz 1 bis 34 und zwar Klaus Maurer haltet seinen ersten Platz und legt den Abstand zur Zeit platzierten Stephanie Grieser weiterhin aus, also er baut den Abstand immer weiter aus, er hat jetzt 151 Punkte nach dieser Challenge, zweiter Platz Stephanie Grieser, sie kann ihren zweiten Platz auch halten, sieht man immer an den gelben Pfeilen, der gelbe Pfeil bedeutet, dass der Platz zur Vorwoche gehalten werden hat können, auf dem dritten Platz ist jetzt nach Marco Mb gerutscht, sieht man den grünen Pfeil, grüner Pfeil ist Plätze gut gemacht und roter Pfeil ist diejenigen die Plätze verloren haben. Wir haben jetzt schon insgesamt Teilnehmer in der Jahreswertung haben wir jetzt schon 106 Stück also 106 Leute sind dabei, man sieht dann auch das nach hinten hin dass da ein bisschen die Teilnahme jetzt ein bisschen absinken anfängt, dass man da sieht, dass da jetzt wie die Personen erst einmal was eingesendet haben und die Punkte verlieren. Gelbe, äh pinke Punkte sind die, was das erste Mal in die Jahreswertung hineingekommen sind die das erste Mal was eingesendet haben da haben wir einmal die Michaela Mümel sie ist jetzt dann das erste Mal bei der Challenge dabei, bei der Jahreswertungs-Challenge und belegt gleich damit den 91. Platz mit 7 Punkten dann haben wir die Michaeline mit 5 Punkten geht auf den 96. Platz und den Andreas Aswi mit 4 Punkten auf den 97. Platz und die Katharina Ströhle ist auch das erste Mal dabei mit 3 Punkten den 100. Platz. Wenn euch das interessiert Foto-Challenge jede Woche haben wir eine Foto-Challenge schaut es in die Videobeschreibung rein da ist der Link zur Gruppe 7 Tage Foto-Challenge jede Woche haben wir eine neue Challenge der Gewinner der Woche darf das Thema der kommenden Woche bestimmen und wird eine Woche lang das Titelbild der Gruppe und jede Woche wird zusammen addiert und wird in die Jahreswertung hineingerechnet und die letzten die letzten Entschuldige können dann coole Produkte von Rollei gewinnen erste Platz ist einmal ein Stativ der zweite Platz ist ein Monkey Bot und der dritte Platz ist ein Online-Gutschein für den Online-Shop von Rollei das waren die schnellen Foto-News der Woche ich hoffe das Video hat euch gepasst wenn euch das wieder gefallen natürlich ein Like da lassen für Feedback die Kommentarfunktion nutzen schreibt es in die Kommentare rein was ihr davon haltet Foto-Wettbewerbe mit KI-Unterstützung und wenn euch das Video gefallen hat und ihr weiteres Video sehen wollt dann natürlich den Kanal abonnieren ich wünsche euch einen schönen Sonntag bis zum nächsten Mal ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal